NRW Business TV, das Tor zu Europa und der Welt. Das TV-Magazin für den Mittelstand. Nordrhein-Westfalen, das wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Bundesland. Und jetzt auf NRW Business TV. Wellness- und Saunabereiche erfreuen sich in Deutschland wachsender Beliebtheit. Das Aqualand in Köln-Fühlingen setzt dabei durch stetige Weiterentwicklung neue Akzente. Wir eröffnen heute unsere neue Event-Sauna, die Sauna Colonia, die größte Event-Sauna Kölns. Und das ist natürlich ein toller Anlass, wir haben lange darauf hingefiebert. Und auch auf NRW Business TV. Das 1999 fertiggestellte Multifunktionstheater beherbergt zurzeit das weltweit bekannte Musical Wicked. Wicked, die Hexen von Oz, geht auf den Bestseller Wicked von Gregory McVire aus dem Jahr 1955 zurück. Ich spiele ja den Prinz Fiero in Wicked. Und ja, das ist eine schöne Rolle. Also ich komme rein und bin der selbstbewusste Kerl, so ein bisschen cool. Neu auf NRW Business TV, die V-Beratung Baumgart und Partner. Aufgrund immer wachsender Anforderungen wird ein Wechsel komplexer Unternehmensprozesse in modernste Kommunikationstechnologien immer notwendiger. Wir bieten einen Smartphone-Server an. Ein Smartphone-Server ist eine Software, die eine Kommunikation zwischen einem bestehenden ERP- oder Warenwirtschaftssystem herstellt, zu einem App eines Handys, einem iPhone-App oder einem Android-App. Im Zuge der Technologisierung und deren Komplexität werden immer neuere und schnellere Dialoge und Synchronisierungswege benötigt. Denn Zeit ist Geld. Und unsere Software ist insofern prädestiniert dafür, weil wir auf dem Smartphone nicht diese Dialoge abbilden, die wir auf dem normalen PC haben, sondern weil wir auf dem Smartphone sozusagen optimierte Dialoge anbinden, um am Ende mit wenigen Mausklicks und mit wenigen Tastaturevents komplexe Geschäftsprozesse initialisieren. Und auch auf NRW-Business.tv Die Firma Telltotal bietet Voice-Over-IP und kundenspezifische Dienste an, um effektiver, schneller und einfacher miteinander kommunizieren zu können. Dabei spezialisiert sich Telltotal auf unterschiedliche Dienstleistungen. Telltotal ist Spezialist für die Voice-Over-IP-Applikationen, für neuartige Dienste, die kundenspezifisch entwickelt werden können. Das war NRW-Business.tv, das TV-Magazin für den Mittelstand. Weitere Informationen zur Sendung und Inhalten unter www.nrw-business.tv NRW-Business.tv – das Tor zu Europa und der Welt Das TV-Magazin für den Mittelstand.